Ein Team von mutigen Superhelden unter der Führung von Kunibu ruht sich im Wald aus. Als Kunibu nicht mehr still sitzen kann, fragt er die Tiere, ob es nicht ein Abenteuer zu bestehen gäbe. Plötzlich springt Snoozy der Dachs auf. Er hat ein Notsignal aus dem Wald gehört. Es muss etwas passiert sein. Gemeinsam begeben sie sich in den Wald, um das Rätsel zu lösen. Kunibu und Sharpie, der Igel, entdecken einen großen Haufen Müll. Als Superhelden beschließen sie, den Müll nicht dort liegen zu lassen und fangen an, ihn aufzusammeln. Bei dem ganzen Durcheinander wird der Igel ohnmächtig. Flo, der Frosch, findet in seinem Teich eine Menge Plastikflaschen und Zahneverpackungen. Und sogar einen Wurm auf einer Zahnbürste. Flo weiß genau, dass solche Abfälle nicht in den Wald gehören. Was meint ihr, Kinder? Flo kann nicht glauben, was seine großen Froschaugen sehen. Der Müll bedroht auch seinen Freund den Fisch. Und er ist wirklich sehr traurig darüber. Klara, die weise Eule, beobachtete die ganze Szene von oben. Sie fühlte sich ebenfalls durch den Schmutz in der Luft gestört. Wusstest du, dass man das Luftverschmutzung nennt? Kunibu und seine Freunde setzen ihre Superheldenkräfte ein und durchsuchen schnell die ganze Gegend. Sie finden überall unglaublich viel Müll. Gemeinsam sortieren sie den Müll auf mehrere Haufen. Die Fische sind froh, wieder einen sauberen Teich zu haben. Unsere kleinen Tierhelden haben ihr Bestes gegeben, um den Müll ordentlich zu sortieren. Sie können doch nicht alles auf einen Haufen werfen, oder? Trennen wir den Abfall richtig, kann vieles davon wiederverwendet werden. Wusstet ihr, dass man aus einem Haufen Plastik zum Beispiel schöne neue Kleidung machen kann? Um die Umwelt sauber zu halten, ist kein zusätzlicher Aufwand nötig. Mach mit und werde auch du ein Superheld! Frag deinen Papa oder deine Mama, welche Farben die Mülltonnen haben, in denen Papier, Plastik, Glas oder gemischte Abfälle entsorgt werden.